Hantaiwe und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Gaumenfreuden und Tamara und Toni und jetzt Johnny. Ja, Tamara, du gehst mal ganz kurz ins Bett, genau. Und dann werden wir heute nochmal ins Restaurant gehen, wenn du ausgeschlafen bist. Ich guck nochmal kurz, wo sind denn die anderen beiden? Also, Toni ist hier draußen und trainiert so ein bisschen und Johnny schläft anscheinend hier oben in ihrem neuen kleinen Bereich. Finde ich ja echt ganz süß eigentlich hier oben bei denen. Ja, wir haben 5000 noch übrig und ich habe aber, habe ich schon? Ja, ich habe auch ein bisschen Budget nach drüben geholt. Hätte ein bisschen mehr sein können, habe ich mir dann so später irgendwie gedacht. Aber gut, weil ich ja auch im Restaurant ein bisschen was machen möchte. So, wartet. Ich spule jetzt mal ein ganz bisschen vor, weil jetzt ist mir eigentlich wichtig, dass Tamara jetzt gleich mal dann noch wach wird oder ja, wach ist eigentlich, um ins Restaurant zu gehen. Komm, mach jetzt mal hin, Mensch. Und in einer Stunde muss auch Toni schon zur Arbeit. Okay, ich glaube, jetzt können wir eigentlich mal los. Und zwar natürlich alleine. Also, ich sollte sie dann noch aufwägen, damit das funktioniert. Ich gucke jetzt einfach mal, ich möchte schon auch ein bisschen Geld jetzt gerade mal kurz ausgeben. Wobei, ich muss ja noch ein Empfangs, ähm, Empfangsdame, wollte ich sagen. Also, ich muss hier mir jetzt auch noch einen einstellen, ne? Oder wie muss ich das jetzt machen? So, öffnen. Nicht funktionsfähig, weil mir da was fehlt. Ach, hier kann ich aber das machen. So, okay. Also, ich habe immer noch zwei Köche. Kellner sind mir auch noch zwei. Anscheinend ist Saskia älter gewesen. Oh, guck mal. Ich kann, ich, die befördere ich mal direkt. So. Ich muss die anrufen. So, die zwei kann ich nicht mehr befördern. Und ich brauche einen Empfangspersonal. Alle sind nicht so, ja, alle haben so ziemlich das Gleiche, außer Bruno Breuer. Hat ein bisschen mehr Charisma. Ja, dann würde ich den wirklich auch nehmen. Auch wieder einen Bruno. Yay. So, als Empfangsherrn eingestellt. Tritt so schnell wie möglich zu seiner ersten Schicht an und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie er aussieht, wenn er dann hierher kommt. Wo ist er denn? Braucht er so lange? Ich hoffe mal, er kommt auch. Das macht sonst keinen Sinn. Ach, da ist er, oder? Bruno Breuer Erwachsener, ja. Sehr schön. Na ja, gut. Warum noch nicht? Der würde irgendwie ja zu Tamara passen. Ich habe schon ein Optisch gesehen. So, hallo Bruno. Ich würde auch nochmal für eine Schulung bezahlen. Für eine kurze Schulung. Toni ist auch schon zur Arbeit. Okay. So, dann würde ich hier Management begrüßen. Was ist das? Was war... Ich wünschte, der Service wäre besser. Hm. Okay. Mein Empfangspersonal ist natürlich jetzt auch nicht das Beste momentan. Was war das? Was war das? Bitteschön. Dass Mauris Löhre ein Alien ist. Die Tarnung schon perfekt. Nun ja. Aha. Mauris. Mauris? Ja. Okay. Gut. Er ist auch ein Alien. Hilfe. Oh. Bei dir Gericht empfehlen. Was könnte dir denn schmecken? Ein Stummfilm und ein Steak. So siehst du ein bisschen aus. Würde doch gehen. Dominik Roth. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Toni Traumtänzer angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja, ich weiß, dass meine Schwester cool ist. Ja, ich bin aber auch schon länger mit ihr zusammen. Also ich meine, ja, egal. Ähm, so. Ich muss die auch mal begrüßen. Okay, warte mal. Ich muss sie noch mal ein bisschen kritisieren. Es geht nicht, dass die alle sich hinsetzen und eine 2 haben, ja? Das geht nicht. Das ist ein Unding. Ich hoffe, das macht nichts anderes Großes aus. So, Management. Gut, mehr kann ich gerade nicht bringen. Ich werde mich mehr anstrengen versprochen. Das ist sehr schön. So, dann beeil dich mal hier. Hier ist schon Stau vorne. Begrüßen. Krokette. Äh, ich bin nicht Krokette. Begrüßen. Das ist der Service, oder? Das hier. So. Dich muss ich noch begrüßen wahrscheinlich. Ne, mit wem bist du denn gekommen? Dich habe ich doch noch gar nicht begrüßt gehabt. Siupan, oder wie sie heißt. Siupan. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber gut. Ich muss doch mal an mein anderes Personal denken. Sasuke. Hier, ich lobe dich nochmal. Ja. 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 Ich bin aber auch ein toller Hecht. Hinten haben wir noch nichts, genau. Ah, jetzt. Kommen die nach hinten. Du möchtest... Okay. Du willst dich aber erst mal hinsetzen. Okay. Gericht empfehlen. Einmal Amos, Nektar und auch für dich ein Steak. Finde ich ganz gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am überlegen, was ich hier vielleicht schon mal verändern kann. Wartet mal. Ich gehe mal kurz rein. Ich habe jetzt so 3000 oder so und... Hängende Wandschildkollektion. So was hängt man draußen auch, ne? Was haben wir denn noch so? Schildüppig und wunderschön. Gibt es das in verschiedenen Farben? Ja. So. Das fände ich eigentlich ganz schön. Ähm. Ansonsten... Was ist das? Hängender Wandschild. Was? Ah. Das ist... Na, okay. Der ist leer. Das müssen wir immer selbst irgendwie machen, gell? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn noch für komfortabel, hübsche Sachen? Ich hätte gerne irgendwie sowas wie einen Teppich oder so. Hätte ich jetzt schön gefunden. Schicker Esstisch. Hm. Okay. Das ist was Größeres. Das ist nochmal so eine Essecke. Das ist aber auch eine große Essecke, würde ich mal so behaupten. Und das hier ist nochmal Essecke-Kollektion. Äh. Die gibt es aber nicht in gelb, so wie ich sie jetzt eigentlich habe. Na gut. Dann würde ich jetzt das einfach mal so sagen. Ich würde das mal so ein bisschen schräg da hinstellen. und würde vielleicht doch nochmal... Passend... Ne, es passt eigentlich gar nicht zusammen. Was ist denn das für ein Teil? So, das hier. Achso, da muss ich auch noch einen Tisch dazu stellen. Hä? So. Yep. Und dann... Wie viel haben wir? Okay. Dann würde ich noch hier... Eins, zwei und drei. Und dann ist es schon eigentlich jetzt gesagt. Müssen wir erstmal abwarten. So, Tamara hat anscheinend Toiletten dran und so. Gehen wir mal. Wie ein Champion Piesel. Ja, genau. Hier habe ich ja auch nochmal eine Tür reingemacht. Also einfach... Ja, wir laufen immer durch. Und dann muss ich mal gerade gucken. So. Dich muss ich noch begrüßen. Und du willst von mir nochmal was wissen? Dann nimm doch mal einen Sea-Splash und für die Dame ein Omelette. Hm? Wäre doch mal was Einfacheres. Die haben eine Vier und eine Fünf. Wow. Cool. Sieh dich, dass... Sieh sich, dass mal einer anders essen ist. Super. Haha. Die beiden gefällt es aber nicht so. Ich könnte da noch Gratis-Sachen vergeben, aber... Na gut. Zio-Pan steht aber immer noch hier vorne. So. Es kommen momentan... Also es kommt momentan keiner nach. Dann würde ich heute einen kurzen Tag machen. Ich würde jetzt sagen, keine neuen Gäste zulassen. Ich möchte aber trotzdem irgendwie mal Teppiche oder so haben. Und das hier würde gar nicht passen. Also da würde man eigentlich... Warte mal ganz kurz. So. Ich mach das mal weg. Einmal den hier. Noch auf diese Seite. Achso. Da muss ich das auch noch machen. Ups. Tück, tück. So. So ist es richtig, hoffe ich. Ja, sodass man das da so machen kann. Und dann würde ich... Im Durchgang zu sitzen ist natürlich auch irgendwie blöd, oder? Na gut, doch. Ich würde es trotzdem so machen. Oder soll ich lieber... Ja, komm. Ich verkaufe das mal. Und mach lieber nochmal... So eine. An die Wand. Natürlich mit... einem Tisch. So, jetzt hab ich dann doch mehr ausgegeben, als ich wollte. Egal. Egal. So, sie hat hier einen Tisch bekommen. Ihr seht, ich hab natürlich lauter zweier Tische eigentlich auch. Aber ich hab echt... Also ich hab hier vorne ja drei Vierer. Und die nutzt... Die werden kaum genutzt, finde ich. Ich weiß nicht, ob man hier nochmal vorn dran was stellen kann. Oder ob man hier zum Beispiel rechts und links... Bestimmt, mit Sicherheit kann man da theoretisch nochmal ein paar... Stühle... Äh... Ja, dransetzen. So, jetzt kommen aber trotzdem noch ein paar Leute. Das ist eine Familie. Lina Hupperts mit Ralf und Mirko. Und die werden halt eines dieser drei Tische hier vorne bekommen. Ähm... Genau. Oh. Moment. Du möchtest was wissen. Für den Mann einmal heiß und rauchig fühl mit einem Steak. Heute ist es einfach angeboten. Also wird es angeboten. Und für den Jungen... Äh... Okay. Du nimmst einen Eistee und... Vielleicht für den Jungen eher sowas wie eine Pizza. Pizza Salami. Er darf nichts Alkoholisches trinken. Deswegen war alles ausgekraut. Genau. So kann man auf Wasser und so. Setzt du dich auch, Lina? So, ich hab mit meinen anderen heute kaum geredet, ne? Aber die da hinten müssten jetzt so langsam... ...mal zum Ende essen. So, ich bin aber irgendwie schon echt froh. So ein bisschen gefällt mir das schon. Das... ...nimmt so langsam ein bisschen... ...ah... ...so... ...so sieht eigentlich ganz nett aus. Klar geht's noch besser. Aber gut. Es könnte noch ein bisschen mehr... ...an... ...Licht, glaube ich, auch noch drin sein. So, die sind gegangen. Wo sind denn meine zwei... Die hier gehen auch. Siopan ist wieder mal diejenige, die mit allen redet. Das ist ja irgendwie immer... Oh. Du machst dir was zu essen. Ich hoffe, du darfst es diesmal. Wo ist denn unsere Kellner? Ach, da ist die andere Kellnerin. Sie ist total fleißig. Ich würde die auch noch mal loben wollen. Warte. Annika, loben. So. Mareike lobe ich auch mal. Und auch unsere Brigitte. Der ist aber schnell gealtert. Bist du zum Senior geworden jetzt hier gerade? Mann, oh Mann. Einen Tag... Einen Tag empfangs... Wie nennt man das? Empfangsherr und schon altert er. Oh, ohne Ende. Das, ähm, ja. Kann halt nicht jeder, ne? Das ist heute eine Arbeit. Krass. Meine Güte. So, jetzt geht mal. Ich muss noch... Ich spule gerade noch ein bisschen wieder vor. Was machst du? Du stöberst hier im... ...im Müll rum. Saskia. Was mache ich jetzt hier mit ihr? Mit Blau dann, okay. So. Beförderung von Toni. Yay. Elf Simole und's Meer. Direkt in die Charts. Musikpreis hat sie bekommen. Okay, super. 15 bis 21 Uhr in Zukunft muss sie arbeiten. Klasse, klasse, klasse. So, ich habe nur noch drei Tische mit ihr. Die kriegt jetzt was zu essen hier hinten. Siopan, geh mal an deinen Tisch. Ich weiß nicht, warum die zwei nicht... Ähm... ...warum sie nicht zahlen oder so. Keine Ahnung. So, Siopan geht aber nach hinten. Und die haben noch nichts zu essen da vorne. Ich mache mal wieder... Ich spule einfach mal ein bisschen vor, ne? Wir sehen mal. Siopan... Die macht es auch im Stehen. Aber Siopan, glaube ich, zahlen. Oder zumindest... Ja gut, sie sagt, die Preise sind gut. Hier sieht man jetzt mal... Okay, wir brauchen definitiv ein bisschen Licht hier in der Ecke. Na, das sieht man. Aber das können wir immer noch machen. Wie viel Geld habe ich noch übrig? Ja, ich könnte noch ein bisschen... Okay, wartet. Ich finde die nämlich echt cool. Das Teil da. Finde ich echt cool. So viel Licht macht es dann doch nicht. Okay, dann nehme ich nochmal so eine und mache die auch... Genau. Oh, boah. Die ist... Die ist ziemlich hell. Cool. Okay. Passt. Warum stehen die zwei nicht auf, die Pancakes? Schau mal, schau. Schau doch. Okay, ich mache es noch bis 22 Uhr. Was ist das? Unwohl, weil... Innen kalt. Ja. Bis 22 Uhr. Ansonsten sind wir schon wieder... Ja, acht Stunden haben wir schon wieder geöffnet. Und ich bin dann müde. Annika räumt noch echt fleißig auf. Guck mal, kann ich das essen? Ich esse die Pizza... Äh, die Pasta auch gleich. Weil sie sie nicht essen mag. Das räume ich gerade auch nochmal weg. So. So, 22 Uhr. Ich schließe den Laden. Hey. Minus 1, Simon. Oh, Leon. Okay. Essensqualität ist super. Ausgezeichnet Service und persönlicher Touch könnte noch ein bisschen besser sein. Ähm, ja. Besuch, Schulung, Fähigkeiten, Verbesserung. Okay. Okay. Was hat man da? Fähigkeiten, Verbesserung, Kachos, mein Level 9. Okay. Alles gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Ist alles okay. So. Die gehen jetzt alle. Minus 128. Budget. Okay. Da würde ich gerade mal... Moment, so rum. Von da nach da. Und sage ich einfach mal 1500. 100. So. Perfekt. Irgendwann sollte es mal eigentlich so gehen, dass es andersrum geht, ne? Dass man... Dass der Haushalt davon leben kann. Aber gut. So. Nee, du gehst nach Hause. Komm, geh nach Hause. Wir haben ja geschlossen. Jo. Finde ich aber schön... Auch das Grün, muss ich gestehen. Mit den... Mit den verschiedenen Farben irgendwie gerade. Von den Polster gefällt mir. So. Aber ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann wieder das nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Out. Ciao, ciao. 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 Ciao.